Susul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4. So, wir schauen jetzt mal, warum geht's dem so extrem umwerfend? Hier geht's umwerfend und die haben einen... Wieso geht's den umwerfend und sie haben einen roten Smiley und den hier geht's umwerfend und sie haben einen grünen, überaus zufriedenen Smiley? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, wir versuchen hier nochmal unser Glück direkt zu Anfang der Folge. Sergio sollten wir vielleicht erstmal ins Bad schicken. Ich kann auch gleich mal noch duschen im Anschluss. Und was soll Cleo machen? Cleo will ein Gericht nehmen. Ah, arme Ritter. Soll sie machen, soll sie machen. So, in der Hoffnung, dass es dann heute mal klappt. Vielleicht haben wir ja jetzt endlich mal Glück. Mensch, Mensch, Mensch. Sonst klappt es immer auf Anhieb. Und diesmal... So, gucken wir nochmal. Schwangerschaftstest. Und was sagt der Test diesmal? Für zwei Essen. Herzlichen Glückwunsch. Noemi erwartet ein Kind. Dieser Haushalt bekommt ein neues Mitglied. Oh. Wie süß Hendrik sich gefreut hat. Jetzt hat sie auch einen Babybauch und ihr ist schlecht. Das ist aber kein Outfit, in dem jetzt eine Mama gerade rumlaufen sollte. Das sieht auch ein bisschen komisch aus bei dem Babybauch. Altersheilung 3. Auch nicht unbedingt. Sie hat keine babytaugliche Altersheilung. Das hier, das kann sie anziehen. Das kann sie anziehen. Das passt. Sie muss noch an ihrer Tagesaufgabe weiterschreiben. Ich würde sagen, passend dazu kann sie auch mal ein Kinderbuch schreiben. Also, Cleo, du hast deinen eigenen Computer. Lass mal Emi daran. So. Und Cleo, 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 Cleo. Nee, Cleo muss heute nicht zahlen. Peter Dax haben wir jetzt schon zigmal geschrieben. Aber ich belasse es einfach mal bei dem Titel. Cleo könnte doch eigentlich mal ein bisschen hier am Klavier üben. Jetzt hat sie da schon mit angefangen. Dann soll sie das auch fertig machen. Ja, anscheinend funktioniert das hier nicht mit dem Profi-Gärtner. Das heißt, wir müssen eine neue Paula angeln. Eine neue Paula ist wie ein neues Leben. Oh, ein Meisterwerk ist das geworden. Verkauf das doch mal an die Kunstgalerie. Mann, 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 Mann hier. 1606 Simoleons. Das sieht man doch gerne. Komm, wir gucken mal zu Cleo rüber. Sie übt sich momentan noch an der Tonleiter. Sie übt sich. Das hat sie jetzt... Oh, Level 2 der Klavierfähigkeit. Immerhin. Boah, sie ist aber auch laut hier. Wie zackhaft sie noch darauf rumtippt. Was machen die beiden Herren hier? Sergio Mal. Was macht Hendrik? Hendrik ist am Zocken. Oder was macht er gerade? Nee, er zockt nicht. Er findet einen Brieffreund. Okay. Und was will er machen? Weckt das Lama nicht spielen. Warte mal, weckt das Lama nicht? Weckt das Lama nicht? Das haben wir doch hier hinten, oder nicht? Spiel doch mal mit Amy. Amy hat sowieso das Buch gerade fertig. So. Oh, ja, das fängt ja super an. Yeah. Oh, Amy hat da anscheinend nicht so richtig Bock drauf. Du legst dich jetzt hier nicht in ein fremdes Bett. Also ehrlich. Komm, geh mal hier hin, oder lass dich gleich mal untersuchen. Jetzt hat sie schon wieder das Outfit an. Na gut, ist jetzt auch nicht so tragisch. Morgen Übelkeit wegen Schwangerschaft. Aber wir haben es doch am Abend. Komm, komm hier jetzt. Oh. Hier, guck doch mal. Oh Gott, wo werde ich das wohl finden? Beste Freunde werden. Das könnte man eigentlich auch mal machen hier. Medizinischen Rat geben. Gruppengeschichte kennenlernen. Ich habe keine Ahnung, über was ich hier rausfinden kann, was das für ein Geschlecht wird beim Kind. Aktionen. Nee, lustig wird es wohl auch kaum sein. Nee. Prüfen, ob heiß ist. Irgendwie, ich weiß nicht so ganz. Ich könnte eher medizinischen Rat geben. Vielleicht ist es ja auch das. Awww. Emi und Cleo sind beste Freundinnen. So, Cleo hat ja jetzt einen medizinischen Rat gegeben, aber... Das wird jetzt nicht... Ich weiß nicht, wie das geht. Warte mal. Steht hier, glaube ich, auch nicht drin. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir hauen jetzt Cleo hier hinten auch ins Bett. Hendrik kann auch mal langsam rüberkommen. Sie sollte sich noch eben was zu essen nehmen, weil das ist definitiv... Sollte sie nicht unbedingt so ins Bett mit so viel Hunger, das ist... Wird wieder nur... Okay. Ist wieder nur unangenehm. Wo stöckel sie jetzt hin mit den Schuhen? Emi? Oh Mann, ihr hättet auch zu Hause Fernsehen gucken können. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber wenigstens in die Kochsendung gucken sie. Immerhin das. So, ich würde aber sagen, wir müssen jetzt dringend... Ganz, ganz dringend... Müssen wir Emi jetzt ins Bett bringen, weil sonst hat die uns hier gleich einen Energienotfall. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gut ist, wenn sie schwanger ist. Das kann einfach nicht gut sein. So. Jetzt haust du dich aber hin. Jetzt bist du soweit verpflegt, außer dass du wirklich absolut hundemüde bist. So. Hendrik ist eigentlich auch soweit durch. Den schicken wir jetzt auch noch mal kurz ins Bad. Und dann kann er sich auch ins Bett hauen langsam. Dann geht der Simtag hier zur Neige. Ich meine, wir haben auch schon 3 Uhr nachts was an der verkehrten Welt. Ich bin hier gerade irgendwie komplett daneben mit den Uhrzeiten. Ja, Sergio müsste ich eigentlich bald... Ja, den müsste ich wieder raushauen können. Dann machen wir das doch auch mal. Denn... Nee, gar nicht. Er muss ja gar kein Gemälde mehr anfertigen. Das Gemälde angefertigt, das hat er ja schon. Da muss er ja gar nichts mehr machen. Ach, das ist ja praktisch. Was blubbert hier eigentlich so? Ist das der Pool? Nee, im Pool habe ich gar keine blubbern. Ich habe keine Ahnung, was hier so blubbert. Ist es das? Ist es das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, wenn du geduscht hast, dann schnapp dir was zum Mampfen. Das packt mir in den Mülleimer. Das würde ich sagen, das schieben wir direkt hinterher. Ich muss doch ein neues Bestreben auswählen. Das ist natürlich die Frage, was ich jetzt hier wieder nehme. Haben wir hier nicht irgendwas mit Malen vielleicht? Oder so ähnlich. Beliebtheit Wissen. Ah, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben hier tatsächlich nichts in der Richtung. Ja, zum Computerfreak könnten wir ihn werden lassen. Oh, und ansonsten. Hier, doch da, herausragender Maler. Können wir ihn doch jetzt mal verpassen. Es ist doch eigentlich recht easy für ihn zu machen. Hier muss ich hier aber doch auch nochmal eben was gucken. Nee, falsch. In den Store wollte ich nicht. Hier wollte ich rein. Ach, das hat er auch schon geschafft. Ja, Hendrik hat tatsächlich schon zwei Bestreben abgeschlossen. Das muss man erstmal schaffen. Das muss man erstmal schaffen und nachmachen. So, Cleo, wann musst du denn auf die Arbeit? Cleo muss um sieben Uhr auf die Arbeit. Das heißt, sie muss schon recht bald auf die Arbeit. Wir könnten sie vielleicht auch schon mal aus den Federn hauen. So, äh, auch was frühstücken bitte. So. Ich würde eigentlich schon fast sagen, da ich ja momentan immer noch kürzere Folgen aufnehmen muss, würde ich mich für heute schon verabschieden. Wir haben jetzt gar nicht so viel geschafft, aber immerhin. Ähm, endlich ist Emi schwanger. Nächste Folge bauen wir wieder. Danach würde ich vielleicht nochmal Cleo auf die Arbeit begleiten. Denn wir müssen drei Patienten erfolgreich diagnostizieren und behandeln. Das ist wieder ein bisschen was zu tun, ein bisschen Arbeit. Aber morgen wird erstmal weitergebastelt an unserem Sepp-Treff. Also, Lieben, ich verabschiede mich für heute und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.